hallo nichts ist so wichtig wie sich mobil zu halten das heißt aber auch alle körperteile und körperregionen immer mal wieder zu mobilisieren und genauso alles wieder zu entspannen zu beruhigen wir machen jetzt so eine kleine mischung aus mobilisation und entspannung stretching keine kräftigung in dem sinne heute keine action sondern einfach auch mal konzentrieren auf den körper ihr braucht eine matte die matte mit einer dicke oder einem handtuch belegen bequeme kleidung und wir fangen an im stehen steht ruhig auf die matte drauf barfuß wenn es geht und spürt nach wie ihr steht bewegt euch hin und her spürt den untergrund im vergleich dazu mal auf den glatten boden gehen und hier den untergrund spüren sucht euch die position aus die euch am angenehmsten ist entweder auf der matte oder neben der matte wir rollen bewusst unsere füße ab vom ballen bis auf die ferse runter gehen nach hinten heben die zehn dabei an ganz bewusst langsame bewegung und rollen den fuß wieder auf und das machen wir im wechsel rechts und links gleichzeitig wie in zeitlupe fußzonen auf und abholen ihr könnt zum vergleich auch dazwischen drin einfach eure unterlage wechseln und von der matte auf den glatten boden gehen steinboden holzboden je nachdem was ihr in der wohnung zur verfügung habt oder wo ihr die übungen habt aber einfach ganz bewusst darauf konzentrieren wie ihr eure füße auf und ab rollt ihr könnt dann auch mal die rollen bewegung ändern indem ihr über den außen fuß rollt sprich wie o beine macht hier über den außen fuß auf und ab rollen oder das ganze wenn ihr die füße ein bisschen weiter auseinander stellt auch über den innen fuß auf und ab rollen auf und ab rollen und dann auch wieder ganz normal den fuß auf und ab rollen dann könnt ihr das gleich noch ein bisschen machen indem ihr die beinstellung verändert und aus dieser position raus den fuß auf und ab rollen außen fuß innen fuß mittelfuß die verschiedensten fuß stellungen und natürlich auch wieder wie immer beide seiten machen wir machen aus dieser übung jetzt mobilisation mit gleichzeitigem stretching oder pre-stretching, aktivem stretching wir dehnen dann gleichzeitig wir nehmen das rechte bein als erstes wir rollen den fuß bis zur fußspitze auf setzen den fuß wieder nach hinten auf die ferse ab und beim nächsten mal gehen wir ein bisschen nach hinten wir rollen den fuß auf die ferse ab bleiben auf der ferse fußspitze geht wieder Richtung boden der fuß liegt jetzt plan auf dem boden auf der unterlage auf und wir verlagen unser gewicht nur leicht nach vorne wagendehnung wagenstretching macht noch einen bisschen größeren schritt und zieht einfach ein kleines bisschen vor und zurück nächste stufe geht um die ferse anheben wir bleiben jetzt oben und setzen nur die ferse nach hinten ab wir ziehen unseren körper lang und unsere ferse nimmt den zug nach hinten mit nochmal die ferse anheben und die ferse setzt sich wieder nach hinten ab und nimmt den zug nach hinten mit noch zwei mal diese seite und wir lösen machen wieder unsere zwischenübungen mobilisation unsere fußzonen fußgelenke springgelenke und wir gehen auf die andere seite wir heben das linke bein durch die bewegung des fußes und wir gehen jetzt ein bisschen mehr nach hinten rollen ab und rollen wieder auf rollen ab und rollen auf wir rollen ab und bleiben und ziehen ein bisschen vor um die bewegung zu intensivieren und früßen wir unseren Abstand zwischen den Füßen und aktiv ganz leicht wir verändern die bewegung indem wir jetzt die ferse hoch schieben wir bleiben oben und schieben nur die ferse nach hinten zurück der zuckert jetzt ganz anders wir schieben die ferse wieder hoch und gehen wieder nach hinten zurück ganz leichte bewegung noch zwei mal diese seite das letzte mal die ferse aktiv nach hinten schieben wenn der Oberkörper bleibt und wir lösen wir gehen wieder in die Mobilisation wir bieten jetzt hier unsere Knie mit ein und mobilisieren unsere Knie und damit auch gleichzeitig unser Hüftgelenk indem wir auch hier mit darauf achten immer den Fuß abrollen wir drehen unser Knie über das Hüftgelenk nach außen wir bleiben in der Körpermitte Oberkörper relativ ruhig noch unser Knie und unser Hüftgelenk immer schön abrollen des Poses rein noch Mobilisation des Kniegelenkes unser Bein nach vorne und zurück schieben nicht schwenken schnell sondern schieben bewusst wir machen die Bewegung ganz bewusst vor und zurück und setzen wieder auf wechseln auf die andere Seite auch hier wieder ganz bewusst nicht schleudern nicht schlenkern sondern schieben wir schieben wenn es mit dem Gleichgewicht nicht so passt einfach wieder hinstellen und weitermachen und wir setzen auch hier wieder auf wahrscheinlich habt ihr gemerkt ihr habt eine Seite die stärker ist was das Gleichgewicht anbelangt als die andere deswegen versucht auch bewusst nur immer mal kurz auf eurer schwache Seite nur zu stehen einbeinig wie auch immer um hier ein bisschen Verbesserung zu erreichen wir schieben unser Bein vor beim Körper angehoben mit rechtem Winkel und wie ein Pendel und zu Knie hin und her schieben den Fuß und auch hier wenn ihr Gleichgewicht verliert kein Problem einfach wieder hinstehen und weitermachen auch hier nicht schleudern nicht schlenkern sondern schieben wenn es mit dem Gleichgewicht zu schlecht ist nehmt den Stuhl und tut euch ganz leicht fixieren dann wechseln wir auf die andere Seite auch hier das Pendel gleichmäßig und wir senken wieder ab wir brauchen jetzt für unseren Hüftbeuger kurz eine Entspannungsphase schiebt das rechte Bein nach hinten die Zehen aufstellen und hier aufmachen eine Mondzieche bilden zwischen Ferse und Po und Schulter Dehnung Hüftbeuger wir wechseln auf die andere Seite auch hier wieder das Fuß hinten aufstellen und die Mondzieche bilden und wir lösen wieder noch ein bisschen Mobilisation für die Knie ein eindrehen und ausdrehen ein x Beine o Beine verschiedene Fußstellungen ist der Bewegungsausschlag dann immer wieder anders versucht versucht Bauch und Po ruhig zu halten Schultern sind nach unten gezogen nicht mehr den Ohren immer wieder belegt mal eine andere Fußstellung versuchen ist gleichzeitig auch für unseren Hüftbeuger unser Hüftgelenk eine leichte Mobilisation weil die Hüfte hier auch mit arbeiten muss wir können das ganze auch noch einseitig machen das Knie arbeitet hier mit und dann hilft wir wieder aber zum Schluss immer wieder unsere Sprunggelenke unsere Füße auf und ab holen damit wir wieder in die normale gerade Körperhaltung kommen stellt euch mal bewusst hin wie steht ihr wie sind eure Knie ausgerichtet wie sind die Füße ausgerichtet wie ist die Hüfte ausgerichtet wie die Schultern stehen die Schultern über dem Becken über der Hüfte ist die Hüfte über unseren Knien sind die Knie über unseren Sprunggelenken wenn ihr das so spürt habt ihr eine relativ aufrechte Haltung macht das immer wieder bewusst das ist wichtig dass man sich bewusst immer mal wieder versucht aufrecht hinzustellen manche würden sagen steif wie ein Stopp aber es zieht unsere Wirbelsäule lang wir gehen wieder zur Hüfte zurück ich habe extra die Jacke die nehme ich jetzt und binde sie um meine Hüfte herum wenn ihr das irgendwas habt einen Schal oder so in der Nähe oder holt euch kurz eine Jacke einfach dass ihr spürt wo ist meine Hüfte und ihr bleibt oben im Oberkörper aufrecht stehen die Beine bewegen sich auch kaum mit und unsere Hüfte bewegt sich nur von einer Seite zur Anderen spürt eure Hüft Knochen eure Beckenknochen wie sie sich von einer Seite zur Anderen schieben die Becken schaukeln die Becken schaukeln wenn ihr ein bisschen tiefer geht ist die Bewegung intensiver und geht noch ein bisschen mehr hinten in den Lendenwirbelbereich und es ist die Leitkräftigung für die Beine stell gleich wieder aufrecht hin und nochmal direkt mal den Untergrund wieder wechseln ab wieder tief stehen ab wieder tief stehen und die Hüfte nachspüren kurz lockern Untergrund wechseln tief gehen und die Hüfte spüren mal kurz auslockern mal kurz auslockern mal kurz auslockern wir machen jetzt kurz eine kleine Pause einen Schluck trinken vielleicht und dann gehen wir weiter weiter wir gehen wieder in unsere Grundposition spürt die Unterlage nochmal und wir gehen nochmal zur Hüfte zurück das Becken nehmt das Becken gleich im Knie stehen und richtet das Becken auf nach vorne und schiebt den Ettenpopo nach hinten das Becken aufrichten nach vorne ganz ganz bewusst ganz bewusst Mobilisation unseres Leppenwirbelbereichs noch acht mal jeder im eigenen Rhythmus nach vorne und wenn ihr die acht mal habt geht ihr wieder in die Becken eine Seitschaukel über das hat gerade die Beckenwippe wie eine Wippe und das ist die Seitschaukel und wir gehen wieder in unsere Grundmobilisation mal bewusster richtig hoch schieben und tief schieben kein auf und ab rollen sondern nach oben drücken und runter kommen vorwärts rückwärts also Fußgelenk Fußmobilisation das erste was wir hatten das war dieses Schaukeln von der Ferse zum Fußballen und zurück das andere was man machen kann das ist auf die Fußspitzen drücken oder auf die Fußballen hoch schieben und nach hinten zurück quasi wie rückwärts Fahrrad fahren mobilisation der Fußgelenke Hüfte wird mit einbezogen das Knie wird mit einbezogen so wir werden immer wieder zwischendrin auch die Füße bewegen aber jetzt gehen wir weiter wir gehen hoch wir waren jetzt am Lendenwirbelbereich wir machen noch eine Übung für den Lendenwirbelbereich und zwar lassen das Becken kreisen links herum und rechts herum der Oberkörper ist gerade bewegt sich nicht mit es bewegt sich unser Hüftbereich die Hüftbeuge die Knie ein Stück die Oberschenkel Hüftbeuge 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 die Bewege die Bewegung jetzt ein bisschen größer ist und bis in den unteren Rückenbereich mit hoch zieht ihr könnt auch noch eine Acht beschreiben beschreiben mit eurer Hüfte jeder noch Achtmal könnt ihr die Acht oder nur das Kreisen wenn ihr fertig seid mit den Acht wieder unsere Fußsohlen Beine und Füße sind leicht offen aufgestellt wir gehen zu unserem Oberkörperbereich wir nehmen unsere Arme indem wir die Arme zurückführen gehen wir zum Schultergürtel unsere Hände machen mit indem sie greifen und öffnen solange wir unsere Schultern kreisen vier noch drei zwei eins die Schultern nach unten und unsere Fingerspitzen unsere Finger bewegen sich happy fingers unsere Hände bewegen sich happy hands ganz bewusst die Finger und die Hände lockern ausschütteln mal langsam mal schnell Mager mal geöffnet nach oben oben und unten Finger vor Finger Und wir gehen jetzt zu den Schultern und unser Kreis mit den Armen wird ganz groß. Wir kreisen zurück. Mobilisation des Schulterrückens. Wir bleiben unten, wir schieben die rechte Schulter hoch und lassen sie fallen, die linke Schulter fallen lassen, ganz bewusst hochziehen die Schulter und fallen lassen, ganz bewusst hochziehen die Schulter fallen lassen, hochziehen, fallen lassen, hochziehen, fallen lassen. Wir heben die Arme an, machen ganz weit auf, die Schultern ziehen nach hinten zurück, Torbacken. Weite geöffnete Bewegung. Die Schultern ziehen zu den Torbacken und unsere Schulterblätter ziehen hinten zusammen. Wir setzen die Bewegung fort, indem wir die Hände hinter den Rücken bringen, Handfläche zeigt nach oben und unsere Daumen versuchen zusammen zu kommen. Wir ziehen leicht nach und lösen wieder. Arme kommen vor dem Körper hoch. Wir machen auf. Eine fließende Bewegung wird da raus. Arme vor dem Körper hoch. Öffnen. Und hinter dem Körper zusammen hoch. Hoch. Jeder noch vier Mal. Hoch. Jeder noch vier Mal. Beim letzten Mal. Gehen die Arme vor dem Körper ganz nach oben. Wir ziehen uns lang und wieder ab. Nochmal lang ziehen, ganz lang machen, strecken und ab. Beim nächsten Mal, wir ziehen uns wieder lang nach oben, Arme gehen seitlich zum Körper runter und wir schieben die Schultern vor. Wirbel für Wirbel nach unten absenken und locker Arme ausschränken. Wirbel für Wirbel aufrollen. Nochmal lang machen. Absenken. Wirbel für Wirbel nach unten. Wenn wir unten sind, Kontakt zur Unterlage suchen und unser rechtes Bein nach hinten stellen. Und wieder herziehen. Und das linke Bein zurückstellen. Und herziehen. Jede Seite. Noch vier Mal, versuch den Schritt weiter zu machen. Und das linke Bein. Und das linke Bein nach unten. Und das linke Bein nach unten. Aufbricht ab. Und mein Herz. Und das linke Bein. Und das linke Bein, den Knie auf die Unterlage gehen. und absetzen auf den Fersen, setzt euch jetzt auf eure rechte Seite ab, ihr habt dann beide Beine, zur linken Seite, rechter Winkel, ungefähr, beide Beine, der rechte Fuß setzt auf dem linken Knie auf, der linke Fuß ist hinten. Zieht jetzt mit dem linken Arm zur rechten Seite nach oben, nehmt den Blick mit und wieder zurück und nochmal ziehen, wir gehen in die entgegengesetzte Richtung und ziehen jetzt über den Körper und zur rechten Hand Richtung linke Fußsohle und wieder zurück und nochmal. Bleibt in dieser Position und geht vorne nach unten, indem ihr euch auf eure Ellbogen aufstützt. Ihr stützt euch jetzt auf eurem rechten Ellbogen und zieht mit dem linken Arm unterm Ellbogen durch. Kommt wieder nach oben und nochmal absenken. Ihr könnt euch auch aufstützen auf den Händen, wenn es nicht geht. Ablegen nicht geht und zieht wieder euren linken Arm unterm rechten Ellbogen durch. Kommt wieder nach oben, wir machen uns lang und öffnen. Wir gehen mit dem linken Bein vor unser rechtes Knie, linker Fuß setzt auf, linke Hand hinterm Körper. Rechte Hand hinterm Körper, abstützen, lang machen. Den linken Fuß nach vorne wegschieben und wieder anwinkeln. Und nochmal. Den linken Fuß wieder aufsetzen. Wir gehen mit dem linken Arm jetzt zum linken Knie. Linke Ellbogen, linkes Knie berühren sich und wir machen auf. Und die rechte Hand vor, die linke Hand hinterm Körper abstützen und wir schieben mit unserer rechten Hand gegen das Knie und machen auf und blicken Richtung links oben. Fuß nach vorne wegschieben, beide Beine strecken, nach vorne gleiten. Und wieder aufrollen. Nasenspitzen Richtung Knie gleiten lassen. und wir wechseln die Seite. Rechtes Bein anwinkeln, linkes Bein anwinkeln. Winkel Fuß ist am rechten Knie. Linke Hand hinterm Körper aufsetzen und wir ziehen nach links oben. Blick geht mit. Wir kommen wieder zurück. Und wir ziehen nochmal. Und wir kommen wieder zurück. Rechte Hand hinterm Körper auf und wir gehen überm Körper. mit dem linken Arm, mit der linken Hand Richtung rechts. Rechte Ferse. Und wieder zurück. Rück. Noch mal. Und wieder zurück. Noch mal. Rechte Fuß kommt vor. setzt sich vor das linke Knie. Rechter Ellbogen, rechtes Knie, drücken gegeneinander und wir machen auf. Und wir lösen wieder. Und nochmal hier aufmachen. Richtung linke Seite oben, den Blick wenden. Und wieder öffnen. Kurz mal dann rechten Fuß nach vorne schieben und wieder aufstellen. Rechte Hand. Geht hinter den Körper zurück. Und wir schieben hoch. Ihr könnt auch aufdrücken. Und wieder lösen. Und nochmal öffnen. Beide Füße nach vorne schieben. Und wir gleiten wieder vor und zurück. Wir gleiten nach vorne und wieder zurück. Beide Füße gegeneinander und öffnen. kurz ziehen. Immer gegen rechte Hand, linker Fuß, linker Fuß, Rücken und zieht auf. Und umgekehrt Wir bleiben in der Mitte und drücken unsere Knie so weit es geht Richtung Boden. Die Schultern sind nach unten gezogen. Nicht zu der zu den Ohren zu den Ohren Wir legen uns ab auf dem Rücken Beide Beine sind aufgestellt. Die Knie nach rechts absenken Arme in U halten neben dem Kopf und Richtung linke Seite hochziehen zu den Ohren zu den Ohren und drücken zur Mitte zurück und auf die andere Seite die Knie absenken nach links Arme nach rechts in U halte Blick Richtung rechts rechte Hand oben zur Mitte zurück jede Seite vier Mal blues aufgebebt our jesl er ste Achtung, dich ruhig. Wenn ihr die viermal habt, ganz lang ziehen, Körper, Hände ziehen, über den Kopf nach hinten weg, die Füße ziehen, nach unten weg. Ganz lang ziehen und lösen. Arme in Ruhe halten, Hände wiegen, Na und Kopf, schaut, dass die Schultern und die Ellbogen die Unterlage berühren. Und jetzt schiebt ihr die Hände lang nach hinten weg, die Schultern bleiben am Boden. Nehmt die Hände von hinten über den Kopf nach oben und lasst die Arme seitlich von euch nach unten auf den Boden ziehen. Nehmt die Hände wieder über den Kopf und lasst sie wieder hinterm Kopf nach hinten sinken. Nach oben und zur Seite. Jede Seite noch zweimal. Atmung, dich ruhig. Wenn du die zwei Mal fertig hast. Hochseite. Nehmt die Arme noch einmal nach oben und lasst sie Richtung Fußspitzen nach unten wandern. Die Finger ziehen Richtung Ferse und der Arm ist abgelegt am Boden dabei. Wir stellen das Becken auf, indem wir die Beine heranziehen und das Becken aufrollen, bis wir im Schulterstand sind und Würfel für Würfel abrollen. Vier Mal, jeder im eigenen Rhythmus. Das Becken aufrollen bis zum Schulterstand. Das Becken aufrollen bis zum Schulterstand. habt, nehmt ihr eines der aufgestellten Beine und richtet euch zum Sitzen auf, indem ihr den Oberschild festhaltet und hoch kommt zum Sitzen. Setzt euch bequem hin, so wie es euch angenehm ist. Wir gehen zum Abschluss zum Kopf über und zum Nackenbereich. Den Kopf langsam von der Mitte nach rechts und wieder zurückdrehen zur linken Seite und wieder zurückdrehen. Jede Seite noch viermal. Schließt ruhig die Augen und konzentriert euch auf die Bewegung. Nicht zu hastig, nicht zu schnell. Bewusst. Wenn ihr die viermal habt, bleibt ihr in der Mitte. Und sinkt den Kopf ab zur rechten Schulter. Es geht wieder zur Mitte zurück. Nicht zu schnell und senkt den Kopf ab zur linken Schulter. Auch hier wieder jede Seite viermal. Nicht zu hastig, nicht zu schnell. Ach, nicht zu schnell wie es geht. Okay. Ich glaube das ist kein Bild. Wenn ihr die viermal habt, bleibt ihr mit dem Kopf wieder in der Mitte. Setzt euch aufrecht hin, wir gehen einmal ganz kurz in die Überstreckung, das heißt wir ziehen den Kopf nach hinten und öffnen den Blick Richtung Decke, aber nur ganz leicht und kommen aus dieser Position langsam vor und neigen unseren Kopf Richtung Brustbein, ziehen den Kopf ein wie im Schneckenhaus, wie die Schildkröte und öffnen wieder. Wir gehen nochmal leicht in die Überstreckung, Kopf zieht nach hinten hoch und wir kommen rund vor. Zweimal noch und beim zweiten Mal gehen wir in den Vierfüßlerstand. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und machen einfach runden Rücken. Der Rücken geht gerade, der Rücken geht wieder rund nach oben. Viermal noch jeder. Beim vierten Mal stellen wir die Füße auf. Neben die Hände, hinter die Hände und wir drücken unseren Po nach oben und gehen wieder tief. Jeder im eigenen Rücken. Jeder im eigenen Rücken muss die Handflächen bleiben am Boden, die Färzen sind am Boden. die Bewegung wird immer größer. Viermal noch. Beim vierten Mal heben wir die Hände und rollen uns langsam hoch. Wir werden verwirbeln, Kopf zuletzt. Bis wir ganz oben sind. Wir machen auf. Arme runter. Wir atmen noch einmal tief ein, Arme öffnen und nehmen den Atem vorm Körper wie eine große Luftblase mit nach unten. Jeder noch viermal. Wenn ihr die viermal vom Weg habt. noch einmal ganz locker ausschütteln. Ich hoffe es hat euch gut getan und bedanke mich fürs Mitmachen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.